Hallo und herzlich willkommen zu Merlin Shows Mods. In diesem Video schauen wir uns an die Mod Tetra und die Version 0.30.1 vom guten Mikolus in Minecraft 1.12.2. Ja, was macht die Mod Tetra? Ja, da geht es hauptsächlich darum, um Tools, also um Vanillatools und Werkzeuge, Waffen zu verbessern, zu erweitern, kann man so sagen. Ja, ein bisschen Worldgen gibt es auch und damit würde ich jetzt auch einmal anfangen, bevor wir mit den Werkzeugen anfangen, mit der Worldgen. Und zwar gibt es unterirdische Strukturen. Sowas wie dieses hier, genau, besteht aus Forged Pillar, Forged Wall, Forged Plattform und so weiter und so fort. Das ist natürlich von mir, genauso wie die Lampen. Normalerweise ist das relativ chaotisch generiert. Genau, hier kann man so ein Beispiel sehen von einem halbgenerierten, da fehlt nämlich was. Also, das bringt einem nichts, wenn man sowas findet. Okay, da kann man nach Crates und nach Kisten suchen und auch nach diesem orangenen Punkt, den man da sieht. Aber das erkläre ich später. Aber was wir brauchen, ist größer und muss zwingend diese Items enthalten. Mal kurz wieder in Survival Mode. Genau, also den Crafting Table und es muss genau so ausschauen. Das brauchen wir zwangsweise, sonst klappt es nicht. Genau. Was gibt es noch für Worldgen? Genau, es gibt, wenn man Steine abbaut, ziemlich weit unten, kann es sein, dass Geoden droppen. Die kann man dann in einem speziellen Worktable bearbeiten und bekommt dann Materialien raus. Aber ich muss gleich dazu sagen, alles was hier machbar ist, kann man konfigurieren und ist auch in viele Modpacks komplett anders. In Volcano Block zum Beispiel gibt es ja keine Worldgen. Da gibt es andere Möglichkeiten, wie man diesen Block ersetzen kann. Aber ich würde sagen, wir legen auch gleich einmal los. Das erste, was man sich immer craften muss, ist ein Mallet. Genau, das ist immer zwei Sticks, zwei Locks und dann bekommt man das sogenannte Lock Mallet. Und da geht man jetzt auf den normalen Vanilla Crafting Table mit Rechtsklick. Genau, und jetzt haben wir den speziellen Crafting Table von der Tetra Mod. Ich tippe es auch kurz einmal unten ein, dann sieht man schon mal, was es alles gibt von der Mod. Ja, und kurzer Hinweis, man kann das craften, das craften und das kann man herstellen. Alles andere kann man so nur finden. Genau, aber dann würde ich sagen, legen wir auch einmal mit dem ersten Werkzeug los. Beziehungsweise, normalerweise, wenn man das Mallet craftet, bekommt man noch ein weiteres Item, die sogenannte Holosphäre. Ich habe es aber schon einmal gemacht in dieser Welt, deswegen habe ich es nicht mehr bekommen. Das ist quasi so eine kleine Anleitung, da und da gibt es noch nichts. Also die Mod ist natürlich noch in Entwicklung, aber hier kann man schon mal schauen, was kann man aus den Schwertern machen. Genau, und da sieht man auch, diese zwei sind Pflichtteile, quasi das Schwert und der Griff. Und dann kann man noch weitere Optionen machen, aber das werden wir uns dann alles einmal kurz durchschauen. Genauso hier unter Tool Builds auch nochmal eine Anleitung. Und bei Tools, das gleiche kann man zum Beispiel sagen, aus welchen Materialien kann man den Mallet machen, was hat das Material für Eigenschaften. Aber das sehen wir dann alles gleich noch. Genau, dann würde ich sagen, fangen wir einfach einmal an. Und, ja, ich schnappe mir jetzt einmal einen zweiten Lock-Mallet, denn als erster sollte man mal den Mallet machen. Denn wir brauchen diese Hammer-Fertigkeit, in dem Fall Tier 1, um weitere Werkzeuge zu upgraden und zu verbessern. Das werden wir dann alles noch sehen. Genau, also hier habe ich mal die Stats. Okay, der hat jetzt Hammer-Eigenschaften, hat keine Effektivität in der Welt. Turability von 220, macht dann Damage von 5 Herzen oder so, ich bin mir jetzt nicht sicher. Macht dann Damage von 5, sagen wir einfach so. Und dann hat er Schlag-Speed von 1,2. Genau, und jetzt, Binding ist noch nicht effektiv, also kann man dann nichts machen. Und jetzt kann ich anfangen, das zu verbessern. Unten sehe ich die Integrity, also die Kapazität von dem Tool. Momentan benutze ich 2 von 3 Punkte. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt den linken Hammerteil gegen einen Mallet-Head, also einen Hammerteil, aus Stahl zum Beispiel ersetzen. Dann sehe ich unten schon, Integrity 6 von 3. Das funktioniert nicht. Das nächste ist, was mir fehlt, ich brauche einen Hammer mit Tier 5, damit ich das überhaupt craften kann. Ich habe ja nicht, momentan nur Tier 1. Deswegen muss man quasi Stück für Stück hochcraften. Und deswegen ist es auch sinnvoll, dass man am Anfang einfach mal zwei Hämmer parallel hochcraftet, weil man den einen immer für den anderen braucht. Genau, dann fangen wir mal an mit dem Mallet-Head. Dann nehmen wir jetzt einmal Stein. Er zeigt eigentlich Inventage, welche Materialien das man nehmen kann. Aber manche werden natürlich nicht funktionieren. Deswegen benutzen wir jetzt einmal Stein. Das funktioniert. Dann gehe ich auf Craft. Nehme die rechte Seite. Stein. Craft. Genau. Und jetzt habe ich einen Stonehammer. Tier 2. Das gleiche mache ich dann nochmal mit dem anderen. Wie gesagt, ich muss die immer ein bisschen parallel hochcraften, damit das funktioniert. Okay, da habe ich das vergessen. So, genau. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel das Eisen reinlegen. Und da seht ihr schon. Ich brauche einen Tier 2 Hammer im Inventar, damit ich das craften kann. Genau. Jetzt haben wir quasi den Eisengriff. Das gleiche machen wir bei dem anderen auch nochmal. Und jetzt haben wir schon ein gewisses Problem. Denn, wenn wir mal kurz da reinschauen, bei den Hammerheads. Wenn ich das anklick, wir haben Eisenkopf. Der braucht Tier 2 zum Bearbeiten. Und dann bekommen wir einen Tier 2 Hammerkopf. Wenn man jetzt da mal durchschaut. Genau. Hier brauche ich 2, 2. Hier bekomme ich ein Tier 3. Sprich, der nächste Punkt wäre ein Nickel. Genau. Hier brauche ich 3 für 3. Das bringt uns nichts. Und hier brauche ich 5 für 4. Und bei Obsidian das gleiche. Ich kann gar keinen besseren Hammer craften, weil ich keinen Hammer mit Tier 5 zum Craften habe. Das ist das ganze Problem. Ich werde jetzt einmal die nächste Variante mit Nickel machen. So weit klappt es ja noch. Genau. Da gehe ich quasi da rein. Okay. Das funktioniert schon wieder nicht. Aber egal. Eine Seite reicht aus. Wir haben den Tier 3. Und da machen wir nochmal das Gleiche. Genau. Jetzt haben wir Tier 3. Und jetzt haben wir das Problem. Jetzt steht es an. Jetzt können wir nicht mehr weiter. Wieso habe ich das Scunpowder da drin? Das brauche ich gar nicht. Also viele Materialien davon gehen zwar, aber standardmäßig würde man sie nicht benutzen. Ich schmeiße jetzt einmal das Holz raus. Treated Wood. Also das hat eine ziemlich große Art Dictionary. Welche Materialien das funktionieren. Thumbcraft zum Beispiel. Great Wood Log. Und so weiter. Und so fort. Also da funktioniert wirklich einiges an der Mod. Auch von anderen. Genau. Weil ich vorher schon Volcano Block erwähnt habe. In Volcano Block würde man jetzt anders weitermachen. Da gibt es andere Materialien. Da gibt es glaube ich das Solium Ingot oder Sol Ingot oder so. Mit dem kann man dann weiterarbeiten. Aber hier geht es leider nicht. Genau. Und da brauchen wir jetzt diese tolle Werkzeuge. Genau. Wenn ich jetzt einmal draufklicken, dann sehe ich Charge Good. Charge Low. Genau. Und ich brauche zwei geladene. Wenn jetzt da keine drin wären. Oder wenn eine leer wäre. Dann müsste ich solche Kisten finden. Und wenn man da drauf geht, dann sieht man so kleine Symbole. Hier sieht man den Hammer. Hier sieht man die Claw. Genauso hier das gleiche. Hammer. Hammer. Genau. Und würde ich sagen, machen wir das einmal kurz. Wir müssen warten, bis der ganz aufgeladen ist. Quasi bis er rechts ganz oben wieder raufgezogen wurde. Und dann kann man mit Rechtsklick diese Verschlüsse aufschlagen. Genau. Und jetzt haben wir wahrscheinlich gleich ein Problem. Okay. Zeigt er mir jetzt nicht. Egal. Denn jetzt brauchen wir eine Claw, mit der wir quasi jetzt das aufschlagen können. Ich mache jetzt da einfach einmal eine. Die brauchen wir sonst auch für nichts. Aber hier, dieses Symbol, das ist quasi diese Claw. Genau. Da muss ich jetzt ein paar Mal draufschlagen. Genau. Und jetzt kann ich in die Kiste rein. In dem Fall hat es mir jetzt nichts gebracht. Dann probieren wir das gleiche da rüben. In der Mitte Klaue oder rechts der Hammer. Genau. Dann zerbricht es. Und da das gleiche. Da muss ich halt nicht da, sondern da. Und immer warten, bis er komplett aufgeladen ist. Nein. Kannst du bitte aufgehen. Genau. Und jetzt haben wir da zwei Materialien bekommen. Wend, Blade, drei sogar. Metal Scrap und Structure Beam. Das ist quasi so eine Art Griffersatz. Wirklich krasse Sache. Das kann man auch für gewisse Dinge benutzen. Aber was wir nicht bekommen, ist diese Magmatic Cell. Das ist nur eine random Chance, dass man die gedroppt bekommt. Und genau. Also, wir haben jetzt quasi zwei geladene. Muss man natürlich suchen, falls es nicht voll ist. Und dann kann man da reinklicken. Und dann ist es ein ganz normales Gerät, wie man es von Janen auch kennt. Dann schauen wir mal kurz, was haben wir denn für Möglichkeiten für einen Griff mit hoher Integrität. Okay, also Blazing Handle hat zum Beispiel sieben Kapazität. Und Stick hat bloß drei. Android hat zum Beispiel acht. Dann würde ich sagen, machen wir uns doch einmal einen Android-Griff. Genau. Und da brauchen wir jetzt Tier vier. Und rechts kann man sehen, ich habe jetzt plötzlich Tier fünf Available. Warum habe ich plötzlich Tier fünf Available? Geht es da nochmal raus. Es kann nämlich auch sein, dass das nicht dort entsteht. Man muss nämlich dann hierher gehen. Und da sieht man wieder diese Klaue. Ich glaube, ich muss quasi da einmal klicken. Und da einmal klicken. Und jetzt kann man sehen, ist so ein Hammer-Symbol und da ist dieser helle Balken. Und den kann ich jetzt quasi da durchschieben. Ich muss immer warten, bis es aufgeladen ist. Und nur wenn beide auf der, von unten die dritte Position ist. Hier ist auch der helle Balken auf der dritten Position. Nur dann braucht man quasi keinen Hammer, denn das ist ein Tier fünf Hammer. Und jetzt kann man hingehen und kann man sich einen richtig guten Hammer craften. Aber man muss natürlich immer bedenken, wenn die Charges oben leer sind. Vielleicht wäre es sinnvoller, zuerst einmal das zu craften. Wenn die Charges oben leer sind, dann hat man ein Problem. Genau, das kann ich nicht. Das kann ich craften. Okay. Genau, dann habe ich nämlich einen Tier vier Hammer. Genau, also nochmal Obsidian rein. Genau, und jetzt ist das leer. Und ich kann es nicht mehr verwenden. Aber zum Glück hat es schon gereicht. Wir haben den Tier vier Hammer. Mit dem können wir jetzt so ziemlich alles machen. Ich schmeiße mal den anderen weg. Es gibt noch den, aber der ist creative. Den kann man so nicht bekommen. Okay, dann würde ich sagen, jetzt haben wir unser Hammer-Werkzeug bekommen. Mit dem können wir jetzt vernünftig arbeiten. Und jetzt können wir auch bessere Sachen machen. Ich schnappe jetzt nochmal neue Pickaxe. Ihr könnt zwar die auch wieder weiter bearbeiten, aber egal. Genau, ich schmeiße jetzt die Pickaxe da rein. Und jetzt bauen wir uns einmal eine vernünftige Pickaxe. Erstmal würde ich sagen, wir machen ihm einen Blaze Rod. Das werden wir relativ einfach oder relativ schnell bekommen. Man kann natürlich auch Eisen. Wie gesagt, genau, hier haben wir sieben Integrity. Stahl hat fünf. Eisen hat fünf. Blaze Rod hat den Vorteil, es hat halt quasi eine hohe Integrität, eine hohe Kapazität. Aber es kann zu zehn Prozent passieren, wenn ich mit dem abarbeite, dass ich in Flammen aufgehe. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch vielleicht lieber das Eisen und craften das. Genau. Und jetzt machen wir uns einmal einen Pickaxe-Kopf aus Tier. Und jetzt kann man sehen, also der Speed, Damage ist immer nicht so wichtig. Das ist ja eher für Waffen. Der Ability geht natürlich massiv nach oben. Und hier haben wir dann Tier 4. Das heißt, wir können einiges abbauen. Und haben eine Geschwindigkeit von 6,67. Genau, dann machen wir das einmal. Und jetzt könnte ich theoretisch sagen, ich mache hier nochmal auch ein Pickaxe-Set. Oder ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte gerne ein Multi-Werkzeug haben, wo auf der einen Seite ein Haul ist. Ja, macht wenig Sinn. Oder eine Sickle, das machen wir dann noch. Ja, Tool-Bad ist quasi einfach nur ein leeres Ende, kann man so sagen, wie bei einer Axt normalerweise. Axt ist bekannt. Genau, Klaue haben wir auch schon gehabt. Hammer haben wir auch gehabt. Ich würde jetzt einmal die Ads benutzen. Das ist quasi eine Mischung zwischen Axt und Schaufel. Sprich, ich habe dann ein Werkzeug, mit dem ich Stein, Erde, Gravel und Holz abbauen kann. Also das perfekte Mittelding. So eine Art Pexel kann man so sagen. Genau, und dann craften wir uns das einmal. Genau, jetzt habe ich wirklich ein Multi-Tool, mit dem man vernünftig arbeiten kann. Das eine gute Durability hat. Und alles schön abbauen kann. Dann würde ich sagen, machen wir uns einmal noch ein anderes Werkzeug. Und zwar... ein Gartengerät, hätte ich jetzt einmal gesagt. Genau, Tool-Handle. Gehe da wieder rein. Okay, dann habe ich einen vernünftigen Griff. Habe genügend Kapazität. Mache vorne eine Harke. Machen wir jetzt auch mehr aus Diamant. Ist ja egal. Kostet jetzt im Moment nichts. Und hinten machen wir eine Sickle. Ja, übertreiben wir einmal. Alles aus dir. Genau, und jetzt haben wir quasi ein Garten-Multi-Tool, mit dem ich einerseits harken kann. Und andererseits aber auch, genau, ernten kann. Und zwar immer einen ganzen Schwung. Ihr seht's. Man sieht's. Genau, ich muss allerdings immer warten, bis es komplett aufgeladen ist. Quasi bis das Teil wieder rechts oben ist. Vorher geht das dann nicht. Dann würde ich sagen, schauen wir uns nochmal kurz... Ja, es gibt... Genau, es gibt noch weitere Möglichkeiten. Und zwar kann ich theoretisch noch Wrap-Handle machen. Quasi den Griff umwickeln mit dem Material. In dem Fall mit Leder, Rabbit-Height oder String. Genau, und wenn man da drüber haubert, dann sieht man oben schon, ja, es steigt die Angriffs-Speed und der Damage und leicht die Durability. Hier Durability und Angriffs-Speed. Und hier Durability und Damage. Also bei einem Werkzeug bringt es im Großen und Ganzen nicht so viel. Aber bei einem Schwert, genau. Schauen wir uns einmal das nächste an. Und zwar kann ich auch Waffen upgraden. Das Wichtigste beim Schwert ist natürlich immer die Klinge. Und hier habe ich die Möglichkeit, verschiedene Klingen auszuwählen. Zum Beispiel Ceroid, eine 30-prozentige Chance, dass man den Gegner bluten lässt. Mit 4 Damage über 2 Sekunden. Aber das bringt nichts gegen Untodes. Quasi so eine gezackte Klinge. Dann das Simple Blade ist das normale Schwert. Heavy Blade, damit schlägt man langsamer, aber hat dafür mehr Power. Machete wird benutzt, um Pflanzen abzuholzen. Also eher weniger Waffe. Und Short Blade, damit kann man keine Sweeping-Attack machen. Aber schlägt natürlich schneller. Genau, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach einmal ein Simple Blade. Und ja, fangen wir mal, nehmen wir mal ein mittleres Material und nehmen wir Eisen. Genau, jetzt haben wir quasi einen Holzgriff und Eisenschwert. Dann kann man natürlich sagen, okay, jetzt muss ich selber kurz spicken, was nehmen wir denn am besten für einen Griff. Da würde ich sagen, nehmen wir Bone. Bone habe ich auch vorbereitet. Genau, Simple Hit. Genau, und da sieht man schon, ja, bei vielen anderen Materialien geht die Kampfgeschwindigkeit nach unten. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir Bone. Okay. Genau, dann haben wir noch weitere Möglichkeiten. Der sogenannte Fuller erhöht zusätzlich die Integrität und gibt Unbreaking 1. Genau, quasi kann man auch nochmal da reinschauen. Bei Blades, Fuller. Genau, was für Materialien, das wir da zur Auswahl haben. Der Fuller, der bringt quasi nur höhere Durability und höhere Integrity und Unbreaking. Aber senkt, wie man sehen kann, den Speed. Deswegen würde ich jetzt einmal hierauf verzichten und würde sagen, wir schauen gleich einmal weiter. Und zwar bei der Guard. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Das muss man sich einfach einmal durchschauen. Ich bin in dem Fall für Vierfinger Ring aus Eisen. Genau, der erhöht quasi den Speed. Und wenn ich zu schnell schlage, bekomme ich statt 20% nur Damage, teile ich 40% Damage aus. Also das ist quasi zum Schnellschlagen effektiv. Und dann gibt es noch entweder, ja, ein Pommel, Grip Loop oder in dem Fall Counterweight, also ein Gegengewicht. Und das Gegengewicht sollte die Integrity, die gleiche Integrity haben, wie jetzt zum Beispiel alles andere zusammen. Das Eisenblade hat 1, der Iron Ring hat auch 1. Sprich, wir haben eine Integrity von 2 im Moment. Eisen hat auch 2 und dann hat es den höchsten Effekt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Integrity von 1 hätte und hier Integrity von 3, dann wäre ich relativ ineffektiv. Genau, so haben wir quasi Bonus-Attack-Geschwindigkeit, so muss man sagen. Genau, und so kann ich mir jetzt quasi mein gewünschtes Schwert machen. Mit Shift kann ich mir nochmal anzeigen. Iron Blade, Bonehield, Iron Ring und Iron Counterweight vor. Wie gesagt, ist Geschmackssache, muss man sich ein bisschen selber einlesen. Aber jetzt habe ich ein Schwert, das zwar jetzt nicht die maximale Damage hat, aber mit dem ich schnell schlagen kann. Und wenn ich zu schnell schlage, mache ich auch noch 40% Schaden. Okay, dann, was gibt es noch für Möglichkeiten? Ja, man kann ja Vanilla Tools enchanten. Da würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal mit unserer Diamond Pick Metac an. Und da wird es nämlich dann richtig geil und interessant. Die Möglichkeiten da sind nämlich ziemlich krass. Und zwar, ich kann nochmal drauf gehen auf die Diamond Pick. Und gehe dann hier auf Enchant. Das kann ich bei jedem Teil machen. Enchant, da auch. Fangen wir mal bei der Diamond Pick an. Genau, momentan haben wir ja bei der Pick eine Geschwindigkeit von 6,67. Bei der Schaufel 4,1. Bei der Axt 4,1. Genau, Speed und Damage interessiert uns ja jetzt nicht. Und a Durability von 15,71. Genau, jetzt kann ich zum Beispiel hergehen. Und mache auf meine Pickaxe Fortune drauf. Und dann bekommt man hier einen zusätzlichen Balten Fortune 3. Gehe auf Craft. Das Buch verschwindet, aber ich brauche keine Level. Und das ist das Geile. Ich kann da wirklich draufpacken. Genau, dann würde ich sagen, wir machen den Diamond Pick Kopf auch noch Unbreaking 3. Genau, bekommen wir einen weiteren Balken. Jetzt ist Fortune da. Hier Unbreaking 3. Genau. Und ich könnte theoretisch auch noch Silk Touch draufpacken. Aber Silk Touch und Fortune macht wenig Sinn. Deswegen würde ich es jetzt einmal auf Zeiten packen. Ich habe es probiert. Es geht, aber es macht halt absolut keinen Sinn. Genau, Efficiency. Efficiency ist natürlich immer Top-Sache. Und wie man hier sehen kann, erhöht sich die Efficiency jetzt aber nur bei dem Pickaxe. Bei Axt und Schaufel bleibt es gleich. Und das Geile ist jetzt, ich gehe jetzt auf die Ads. Und kann auch hier nochmal Efficiency drauf machen. Dann habe ich eine bessere Schaufel- und Axtgeschwindigkeit. Und kann auch hier nochmal Unbreaking drauf machen. Und das ist dann richtig genial. Dann habe ich nämlich schon Unbreaking 6. Und jetzt gehe ich noch auf den Griff. Genau, wenn ich jetzt hier schaue, Efficiency, da passiert nichts. Er zeigt keine grüne Felder an. Aber Unbreaking und habe dann Unbreaking 9 auf dem Werkzeug. Und da wird es dann wirklich interessant. Aber ich muss aufpassen, wenn ich jetzt zum Beispiel den Pickaxe-Kopf austausche, dann verschwinden die Enchantments von dem Pickaxe-Kopf. Man sieht auch hier alles, was grün ist, kommt von diesem. Sprich, Fortune und Unbreaking 3 würde dann verschwinden. Ja, und jetzt haben wir ein Werkzeug, mit dem man wirklich vernünftig schnell arbeiten kann. Mit dem macht es wirklich Spaß zum Arbeiten. Bauen wir nochmal kurz den Testvergleich auf zu vorher. Genau, also deutlich schneller. Und ja, mit dem kann man dann wirklich schön arbeiten. Da macht das Ganze dann auch richtig Spaß. Und wenn das Werkzeug immer in Haltbarkeit verloren hat, und das finde ich auch richtig genial, dann kann ich das Ganze in dem Table drin reparieren. Genau. Hier ist der Repair-Button, gehe ich quasi drauf, und dann sagt er mal, was er haben möchte. Natürlich jetzt bei einem Diamond-Werkzeug verlangt er Diamond. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein normales Pickaxe aus Stein und Holz habe, dann kann es sein, dass er manchmal Sticks verlangt, manchmal Cleanstone, manchmal Cobblestone. Ich schmeiße das einfach da rein. Brauche dafür natürlich wieder den richtigen Hammer im Inventar. Und kann dann die reparieren. Natürlich funktioniert auch Mending. Das ist ganz klar. Funktioniert genauso. Gehe quasi da einfach nur rein. Nimm irgendeinen Teil. Genau. Und jetzt hat die Pickaxe auch noch Mending. Okay. Das war es dann im Großen und Ganzen auch schon mal zu den Waffen und Werkzeugen. Schauen wir noch mal kurz durch. Okay. Es steht auch überall noch mal, wenn man das quasi da reinschmeißt und hier auswählt, dann steht hier immer noch mal eine kleine Beschreibung, wie gesagt, höherer Speed oder was auch immer steht dann immer noch mal dabei. Und in dem Holosphere kann man noch mal anschauen, welche Materialien das für was am besten sind. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten großen Teil. Und das ist der sogenannte Werkzeuggürtel. Craftet man eigentlich relativ einfach. Ein Leather, ein Led. Genau. Und jetzt habe ich quasi den schlechtesten Tier von Werkzeuggürtel. Also hier wird es Integrity von 1. Sprich, ich könnte jetzt irgendwas drauf machen, was eine Integrity braucht. Wir werden mal allerdings relativ schnell sehen. Ja, okay, ich könnte zum Beispiel einen Small Potion Bag. Also diese Small Bags würden gehen. Also ich könnte sogar theoretisch einen Double Belt Strap in Eisen drauf machen. Genau, der Integrity von 1. Aber desto besser, dass ich diesen Werkzeuggürtel verbessere, desto mehr kann ich natürlich drauf machen. Standardmäßig, wenn man das craftet, hat der schon einen Slot frei. Mit Rechtsklick kann ich zum Beispiel jetzt mein Schwert reinlegen. Genau, und wenn ich jetzt, ja, sagen wir mal, ich habe jetzt da nichts und drücke jetzt die Taste V, bleibe auf V gedrückt, dann kann ich das Werkzeug auswählen, bekomme das in die Offend. Mit Shift V packe ich es wieder weg und mit V kann ich es wiederholen. Aber wir verbessern natürlich gleich einmal auf die höchste Stufe und zwar macht man das hier links oben. Standardmäßig ist das einfach nur ein Seil, das man um den Körper herumwickelt wie ein Werkzeuggürtel. Und wir machen erst einmal den Wuhlensash. Quasi so mit Wolle verstärkt und das kann man nur schrittweise machen. Genau, genau, ich habe jetzt eine Wolle gebraucht. Ah, da unten sieht man es. Integrity 1 von 2. Also wir haben es jetzt schon einmal verbessert. Die nächste Stufe, gehe ich wieder drauf, ist dann mit Leder. Genau, jetzt habe ich schon Integrity 3. Und die letzte Stufe, nein, es gibt sogar noch 2, Entschuldigung. Und da brauche ich jetzt wieder den Hammer. Und da sehen wir auch schon, warum es gut ist, dass man vorher den Hammer macht. Genau, das ist die vorletzte Stufe, haben wir 5 Slots frei. Und die letzte ist das Schalker Inlay. Da brauche ich 3 Schalker Shells. Und jetzt habe ich 8 Slots zur Verfügung. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was man damit alles machen kann. Das erste haben wir schon gesehen. Das ist quasi der Single Belt Strap. Das gleiche gibt es auch noch Double, Triple und Quadruple. Machen wir jetzt einmal den besseren. Da kann ich immer aus Leder, da oben sieht man es, habe ich, ich schmeiße mal da rein, Quick Slots 4. Und da auch Quick Slots 4, aber ich brauche mit Eisen weniger Kapazität. Ich kann quasi jetzt theoretisch 2 Iron Loops machen und habe dann 8 Quick Slots. Machen wir jetzt einmal kurz. Genau, und das ist jetzt quasi genau das gleiche, wie wir vorher gehabt haben, nur, dass ich jetzt 4 Slots zur Verfügung habe und quasi 4 Stücke auswählen kann. Genau, ich kann das Ganze übrigens auch hier drinnen tragen. Es geht genauso und kann dran drauf zugreifen. Das ist quasi, wenn man Werkzeuge oder Waffen schnell zugreifbar haben möchte, dann ist das genau das Richtige. Okay, das Quick Latch, das ist mir jetzt auch ein bisschen unbekannt, das sagt mir jetzt gar nichts. Genau, ich kann auch wieder was entfernen, aber wir fangen einmal an mit dem Köcher, würde ich sagen. Da können wir auch wieder verschiedene Materialien auswählen. Können wir da wieder schauen, der Köcher. Genau, ich kann entweder dieses Mesh, das bekommen wir eben nur durch Loots, durch diese Kisten. Und das ist auch immer das Beste. Also wir haben hier 8 Slots und brauchen nur 2 Integrity. Dann gibt es immer das Wolle, 1 für 6 und hier 3 für 9. Und das ist immer das Ganze, das Kleine, wenn man quasi nur einen Slot frei hat, dann bekommt man bloß 4 Slots, aber braucht keine Integrity. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal aus Leder. Genau, und wenn wir jetzt da reinschauen, dann sieht man hier so ein kleines Pfeil-Symbol. Ich kann jetzt quasi also hergehen und kann meine Pfeile alle da reinschmeißen, aber nichts anderes. Also ich kann nur Pfeile reinschmeißen. Und wenn ich jetzt meinen Bogen ausrüste, genau, ich kann jetzt nicht schießen. Da gehe ich auf V, gehe da drauf und dann nimmt er die Pfeile in die Offhand. Und ich kann schießen und mit Shift-V kann ich es wieder in den Gürtel reinpacken. Das ist einmal die erste Möglichkeit, wie man das Ganze nutzen kann. Dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich das nächste an. Das ist der sogenannte Potion Bag. Auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Hier nehmen wir jetzt wieder das Leder. Genau, und die kann ich jetzt nämlich da drinnen stacken. Und zwar bis zu 64 Stück. Und ihr könnt theoretisch auch drei verschiedene Potions drin speichern. Wie immer, Taste V kann ich jetzt auswählen. Potion of Healing. Und dann einfach mit Rechtsklick trinken. Mit Shift-V kann ich es wieder reinschmeißen. Genau, so, okay, jetzt hat es halt die Flasche hier reingeschmissen. Wenn das voll ist, schmeißt sie es einfach ins Inventar. Ja, das war es dann schon wieder mit der Potion Bag. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn noch was drinnen bleibt. Genau, das nächste ist der Storage Pouch. Nehmen wir auch wieder Leder. Ah, okay, jetzt weiß ich es. Die fliegen alle wild durch die Gegend. Genau, und das ist jetzt quasi sowas wie Rucksack. Hier kann ich alle möglichen Items, alles was ich lustig bin, reinpacken. Aber ihr seht es schon mit V, es passiert nichts. Da muss ich es wirklich dann in der Hotbar haben und kann dann wie auf den Rucksack drauf zugreifen. Dann kann ich natürlich das Ganze auch mischen, ist eh klar. Und der nächste ist der Booster. Dafür braucht man drei Eisen. Na, acht Eisen sogar, Entschuldigung. Genau. Und jetzt haben wir ein Problem. Denn der Booster braucht Gunpowder. Links oben kann man es sehen, da ist so ein kleiner Balken. Der ist aber leer, der sollte weiß werden. Und jetzt müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, denn wir brauchen jetzt irgendeine Möglichkeit, Items zu speichern. Entweder mit einem Strap, dass man sagt, okay, ich habe diese Waffenschnellleiste oder einen Storage Pouch. Ich mache jetzt einfach mal einen Double Belt Strap, weil es an sich egal ist. Genau, kann ich jetzt da drauf zugreifen. Ich schmeiße jetzt da das Gunpowder rein. Und jetzt lädt sich oben der Balken auf. Und wenn ich jetzt die Leertaste gedrückt halte, passiert nichts. Ich muss quasi drücken. Genau. Und dann, also quasi einmal hochspringen. Jetzt lädt er sie wieder auf. Verbraucht allerdings natürlich auch Gunpowder. Hochspringen und in der Luft gedrückt halten. Dann habe ich eine kurze Zeit Flugmöglichkeiten. Die andere Möglichkeit, ich drücke Shift. Und dann die Leertaste. Dann booste ich mich quasi in die Richtungen, die ich gerade schaue. Kann ich natürlich auch nach oben machen. Aber immer vorher natürlich der Balken komplett aufkladen. Genau. Wenn ich drauf bleibe, dann kann ich eine gewisse Zeit in der Luft fliegen. Also wirklich geniale Sache. Und wenn man sagt, okay, ich möchte das ein bisschen kombinieren. Möchte quasi beides nutzen. Dann sage ich, okay, ich möchte zum Beispiel den Storage Pouch. Okay, das funktioniert dann schon mal gar nicht. Dann muss ich vielleicht den kleineren nehmen. Genau, das wird noch funktionieren. Und dann haben wir noch einen Slot frei. Muss man schauen. Okay. Dann müssen wir den Double machen. Genau. Jetzt benutze ich wirklich alle Slots. Und habe einen Gürtel, mit dem ich gleichzeitig rumboosten kann. Meine Werkzeuge drin speichern kann. Absolut geniales Teil. Wirklich. Ich bin absolut begeistert davon. Kann man sie wirklich so zusammenstellen, wie man es gerade möchte. Geniale Sache. Okay, das war es dann im Großen und Ganzen auch schon zu der Mod Tetra. Also wirklich, ja, ein geiles kleines Toolset. Indem ich eben meine Vanilla-Werkzeuge verbessern kann. Eben ein Multi-Tool draus machen kann. Richtig schön stark verzaubern kann. Kann man das Schwert so bauen, wie ich das gerne nutzen möchte. Wenn ich wirklich fit bin mit Sweeping Attack und dass ich immer warte, dass das aufgeladen ist, dann kann ich mir eine stärkere Waffe bauen. Oder lieber eine, wie bei mir besser, die man schnell schlagen kann. Je nachdem, wie es einem beliebt. Und der Werkzeuggürtel ist natürlich auch der absolute Hammer. Wenn ich viel mit dem Pfeil- und Bogenschieß habe, habe ich immer genügend Pfeile dabei. Ich kann mal einen Rucksack draus basteln und ich kann eben eine gewisse Zeit fliegen. Ich bin absolut begeistert von der Mod. Schönes Gegenstück einmal zu Trinkers Construct und andere Teile. Ansonsten sieht man immer das Gleiche. Hier kann man wirklich einmal ein bisschen was anderes machen. Kann selbst entscheiden auch wieder, wie man seine Werkzeuge und Waffen haben möchte. Ich finde es genial. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Wie immer bitte gerne abonnieren, bewerten, kommentieren. Und dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.